So will Boeing die 737 Max sicherer machen. Nach zwei Abstürzen wegen eines offenbar fehlerhaften Sicherheitssystems bleiben alle Boeing 737 Max weltweit am Boden. Der Hersteller arbeitet fieberhaft an einer Lösung, jetzt wurden erste Details bekannt. Boeing will seine zum Stillstand verdammte Flotte von Maschinen des Typs 737 Max 8 mit einem Software-Update wieder flott bekommen. Nun erläutert der Flugzeughersteller seinen Kunden, nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, die genaue Funktionsweise der Nachbesserung. Zwei Maschinen des vergleichsweise jungen Flugzeugtyps waren jüngst abgestürzt, 346 Menschen starben. Im Fall des im Oktober in Indonesien verunglückten Jets der Lion Air ist das sogenannte MCAS-System als Ursache identifiziert. Die Ermittlungen zu einer 737 Max in Äthiopien laufen noch. Wegen eindeutiger Parallelen gehen aber Experten davon aus, dass auch dort das MCAS-System den Absturz verursacht hat. Hinter dem Kürzel, das für Manoeufering-Charakteristiks-Augmentation-System steht, verbirgt sich eine Software, die den Piloten eigentlich unterstützen soll. Weil die aktuellste Version des Boeing-Evergreens 737 wegen ihrer neuen Triebwerke in manchen Flugsituationen dazu neigt, die Nase zu heben, senkt die Software sie ohne das Zutun des Piloten wieder. So soll ein Strömungsabriss und ein Absturz des Jets verhindert werden. Lesen Sie hier die Entstehungsgeschichte der 737 Max 8, künftig nur noch beschränkter Eingriff des Systems. Das von Boeing nun vorgestellte Update dieser Software, soll den Eingriff künftig stark beschränken. Bislang konnte das System die Nase der Maschine offenbar wiederholt gen Boden senken, auch wenn die Piloten am Knüppel die Maschine nach oben zogen. Davon zeugen die Flugbahnen der beiden abgestürzten Jets. Eine verzweifelte Berg- und Talfahrt, und ein Kampf, den die Piloten am Ende verloren. Dieses fatale Verhalten der Maschinen, wurde allerdings offenbar nicht nur im tatsächlichen Ernstfall, einem drohenden Strömungsabriss, ausgelöst, sondern auch in Folge fehlerhafter Daten der beiden sogenannten Anglo-Fatax-Sensoren, Aua, die fortlaufend die Fluglage der Maschine bewerten. Entwickelte das MCAS auf diese Weise sein gefährliches Eigenleben, konnten sich die Piloten nur mit einer kompletten Deaktivierung des Systems behelfen. Genau das will Boeing mit seinem Software-Update beheben. Künftig soll die automatische Lagekorrektur nicht wiederholt, sondern nur einmalig erfolgen. Damit sollen den Piloten wieder mehr Eingriffsmöglichkeiten gegeben werden. Zudem soll das System sich bei möglichen Messfehlern selbst deaktivieren. Weichen die Daten der beiden Aua-Sensoren an der Außenhaut des Flugzeugs zu stark voneinander ab, blinkt im Cockpit eine Warnleuchte, und das MCAS wird deaktiviert. Die Warnleuchte bot Boeing bislang bei der Auslieferung nur gegen Aufpreis.